Nein! Ey! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Dorklisch trifft dreimal die Latte in 22 Minuten. Halt doch dein Maul. Digga, das gibt's doch nicht. Ey. Was? Ey, was? WTF? 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 Hä? Hä? Was hab ich getan? Das darfst du schon wieder keinem erzählen, Alter. Danke. Danke. Die Koksnase performt immerhin. Alter, ey. Also das ist... Heute passieren schon wieder schwierige Sachen, Freunde. Das ist aber ein Foul. Digga, und... Ey, Halt's Maul! Digga, das Spiel ist schon wieder so geschoben von vorne bis hinten. Ich treffe dreimal Alu. Der Gegner kriegt ein Elber für nichts. Ich werde so obvious vom gegnerischen Strafraum umgeholzt. Es gibt gar nichts. Es gibt mir einfach gar nichts. Es gibt mir einen Freistoß. Junge, 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 ey. Guckt euch das mal an. 3 zu 0 Tor. Ey, der hat keinen Torschuss und ein Tor. Der hat nicht einmal auf mein Tor geschossen, außer den Elfmeter. Ich hasse einfach diese Spiele. Wo eigentlich merkst du, dass du deutlich besser bist als der Gegner. Und EA da schön dran rumschraubt, damit es auch ja ein knappes Spiel wird. Kannst du mir doch nicht erzählen. Digga, das kannst du mir nicht erzählen. Ich stehe frei vom Tor, mache eigentlich das 3-1 sicher. Und meine Spieler laufen sich gegenseitig über den Haufen. Halt die Fresse, Bruder. Wie auffällig ist es denn noch? Das kannst du doch keinem erzählen, Bruder. WTF dieses Spiel. Alter Falter. Geht einfach vom Ball weg. Mein Ronaldo geht einfach vom Ball weg, vorm Tor. Was passiert hier? Warum macht dieses Spiel das mit mir? Was passiert hier? Bruder. Alter. Was ist das? Warum? 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 Ja! Dankeschön! Dankeschön! Alter Junge! Bruder! Das ist... Also das ist grad hart. Ehrlich. Das ist grade wirklich hart. Oh, er geht nicht hin. Maradona! 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 Nein! Der hätte ihn nicht mal reingemacht. Das war der vierte Alutreffer, Freunde. Das war Alutreffer Nummer 4 in diesem Spiel. Und es ist immer noch spannend. Und es wird auch spannend bleiben, meine Damen und Herren. Es wird spannend bleiben. Darf ich dieses Spiel gewinnen? Das ist die Frage aller Fragen, die wir uns heute stellen. Bei Wünsch dir was. In der Hauptrolle heute. EA Sports. It's in the game. Dankeschön! Alter Falter! Alter Falter! Alter Falter! Junge! Also das... War es auch wirklich... wirklich komplett. Es ist 5... 6! Ich hab 6 mal Aluminium in diesem Spiel getroffen! 6! Mal! 6 mal hab ich Aluminium in diesem Spiel getroffen! Halt doch dein Maul! 6 mal! Jetzt mal an! 20 zu 5 Schüsse! Und das... Das wurde einfach spannend gemacht, dieses Spiel. Aus... Gründen! Aus Gründen halt einfach. Oh, Steini sendeten. Twitch Clip rein. Ich äh... Bin gespannt was passiert. Es hört sich doch sehr nach... Hört sich doch sehr, 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 sehr nach Weekend League an. Oh, ich muss aber den Sound ausstellen. Sonst äh... Ist RIP. Warte mal. So, dann sieht man Steinis Reaction noch. Jetzt bin ich gespannt. Sch da sind nichts mit dem. Also Schau! He 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 he... Digga, dieses Spiel ist so broke, Alter! Dieses Spiel... He 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 he... Hey! Pass auf! Der hat einen Reifen verloren! Nicht so tief, Rüdiger! Digga, was? Hä, warum? Also es gibt halt wirklich keinen Grund, es gibt halt wirklich keinen Grund, um das zu... Also es gibt... Man kann es nicht erklären, was da passiert ist. Man kann es nicht erklären. Ah, Steini, das war übrigens... Das war heute übrigens ein gutes Gegentor, was ich gekriegt habe. Wie fandest du das hier? Achte mal drauf. Wie findest du den Move? Es ist so Schmutze. Digga, Steini, bei mir ist heute auch nur Scheiße passiert. Den fand ich gut. Der hat mir schon gut gefallen. Aber ich kann dir mehr anbieten. Kann dir den hier noch anbieten? Ah, das war, glaube ich, ein Tor. Digga, meine Verteidiger gehen nicht dran. Den kann ich dir anbieten, wo mein Verteidiger einfach getunnelt wird, wo ich dreimal... Guck mal, da geht er nicht hin. Da geht er nicht hin. Digga, meine Verteidiger gehen nicht dran. Verteidiger kriegt Beini. Ey, das ist schon krass, oder? Das ist schon krass, was heute für Scheiße passiert ist. Aber es geht auch weiter, Steini. Da haben wir noch eine gute Parade vom Alisson dabei. Aber es ist ein Alisson-Totti. Das ist noch in Ordnung. Ah ja, ich glaube, jetzt passiert es. Jetzt. Steini, pass auf. Pass auf, Bruder. Jetzt passiert es. Jetzt passiert es. Da habe ich sie doch gefunden, die Szene. Jetzt. Genau jetzt. Digga, was ist das? Digga, was ist das? Guck dir das mal an, das ist ein Safe-Tor. Guck dir das mal an. Digga, das kannst du mir nicht erzählen. Moin, Leute. Ich bin frei vom Tor. Ich bin frei vom Tor.